Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, welche Dinar-Items ihr euch als Vergelter-Paladin kauft. Geordnet von wichtig bis... auch wichtig. Und damit los geht es. Als erstes wollt ihr eine Waffe haben, die richtig reinfetzt. Dafür nehmt ihr den Hammer des ersten Richters. Trinket Nummer 1 ist die Seele eines alten Kriegers von Sylvanas Windläufer. Und Trinket Nummer 2, das erste Siegel-Drop beim Prototypen Pantheon im Mausoleum. Wie immer gilt, die Items, wenn ihr schon welche habt, gut für euch, braucht ihr dann nicht den Dinar auszugeben. Und alle Items lassen sich natürlich auf heroisch und mythisch upgraden. Damit danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Reingehauen!